Florist, Floristin, das hört sich so technisch an, aber die vielen Fähigkeiten, die Sie haben, gibt das gar nicht wieder. Da müsste eigentlich draufstehen, Blütenzauberer, Pflanzenflüsterer, Kundenberater, Farb- und Stilberater, Weltverschönerer, Hochzeitsveredler, Kreativdirektor, Blumenstrauß-Designer. Und das sind Sie alles jetzt mit Zertifikat. Kreta sagt, man ist nie zu jung etwas zufrieden. Und los! Musik